Hallo, wir drehen heute ein Video über die Ausbildung im Marvin Hümer Center. Ich bin Selina, ich bin 19 Jahre alt, mache meine Ausbildung seit September hier zur Automobilkraftfahrer und ja, bin im ersten Lehrjahr. Hi, ich bin Dohan, ich bin 18 und mache gerade auch dieselbe Ausbildung zum Automobilkaufmann und ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Also da wir gerade die Ausbildung zum Automobilkaufmann machen, ist unser Schwerpunkt, na klar, das verkaufen. Und das ist jetzt unsere Ausstellung drin. Da haben wir die Marken, na klar, Hümer einmal, Eriber, Nismar Bischof, Detlefs, Carado und Hümer Car. Und seid meistens auch CrossCamp. Diese Marken werden euch in eurer Ausbildungszeit mitbegleiten und diese Fahrzeuge werden wir davon im Endeffekt unseren Endkunden verkaufen und beraten. Genau, und in unserer Ausbildung, da laufen wir mehrere Bereiche, wie zum Beispiel die Vermietung hier. Und da ist unsere Hauptaufgabe Kundeberatung für Mietfahrzeuge, aber auch Mietangebot der Stelle. Und bei Rücknahme und Abholungen dabei sein und die Kunden halt einfach beraten, Fahrzeug übergeben, genau. Genau, dann haben wir nochmal eine andere Abteilung, die wir nochmal in unserer Ausbildung auch nochmal dazu gehört, der Service. Da werden wir Kunden nochmal separat für Werkstattleistungen, Serviceleistungen annehmen. Das heißt, darunter gehört auch, die Kunden einzuplanen, Werkstattaufträge zu schreiben und Teile zu bestellen. Und natürlich auch den Kunden in diesem Werkstattprozess zu begleiten und zu informieren, wie sein Fahrzeug repariert wurde und was genau gemacht wurde. So, hier nochmal ein Blick hinter den Kulissen. Genau, hier sind wir im Bereich Verwaltung Fahrzeugdisposition und hier macht man eine Ausbildung Auftragsbestätigung für den Kunden. Man kontrolliert Fahrzeugkonfigurationen ab Werk und man legt Fahrzeuge im System an. Hallo, mein Name ist Robin Mahner, ich bin im dritten Lehrjahr oder beziehungsweise kurz vor der Abschlussprüfung und im Moment bin ich seit einem halben Jahr im Verkauf tätig. Und ja, das rockt voll, das boomt und was Spaß macht, das Team untereinander, die Leute, wo wir uns tagtäglich begegnen, von jung bis alt. Und ja, da ist von der Bandbreite alles dabei, von junger Reisemobillisten bis über die ältersten, die schon zig Fahrzeuge bei uns gekauft haben. Und ja, ich kann es jedem bloß empfehlen. Bewerben euch, ihr dort sehen, wenn ihr durchkommt, ihr habt ein super tolles Leben, eine super tolle Ausbildung im Verkauf oder auch in anderen Bereichen. Ja, herzlich willkommen im Orwin-Hilmer-Center. Bei uns im Haus ist es halt so, dass wir Azubis in jeder Abteilung eingesetzt werden und auch immer sehr anspruchsvolle und sehr vertrauenswürdige Aufgaben verteilt bekommen. Und dass wir auch Azubi-Projekte haben, die wir selber zusammen immer bearbeiten und auch den Endkunden sozusagen dann präsentieren werden. Genau. Und was ich persönlich hier sehr schätze, ist, dass alle Kollegen sehr hilfsbereit und auch kompetent sind in ihrem eigenen Aufgabenbereich, aber auch bereichsübergreifend. Du kannst eigentlich jeden fragen und kommst immer zur Lösung auf jeden Fall. Ja. Genau. Und aber wenn man mal irgendwie was nicht weiß, kommt man sich auf jeden Fall keinen Kopfmacher irgendwie zur Frage oder so. Ja. Das wäre dann unser Ausbildungsbetrieb. Vielleicht bist du ja der nächste Azubi bei uns im Haus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen! Vielen Dank.